Die 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 Talha Lama, was sagen sie des letzten Ereignisses in Tibet? Haben sie eine Meinung dazu? Haben sie ihre Informationen für uns, die Neuigkeiten für uns wären? Ja, der Sex dort wird immer besser. Ja, das ist ja. Wir sind dich. Ja, du kannst sogar dran steigen. Jetzt hab ich ihn verpasst. Wenn sie noch weitere Information außerdem Sex. Ja, äh, Michael Jackson ist nicht schwul. Oh, mein Gott. Dann sagt sie, sie sind ein überhebliches Arschloch. Was sagen sie dazu? In der Disco, in der Disco, ist es wie beim Fleischer. Hi. Was sagen sie dazu, dass sie gerade einen Anzug vom Kosovo tragen? Mein Name ist... Boi. Ich bin eigentlich aus Tibet. Da, 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 Dalai Lama ist mein Feind. Das ist ja Mexikan, Sarapakanda. Haidera, Samafuchi, Feli-Methresa. Hi, hallo, photo, oh mein Allah. Cybershot. Shhh. Shhh. Fajaj. Da, du. Do you really want to hurt? Darf ich das? Fürs Archiv, ja bitte. Ja, schlagen sie immer. Ja, genau. Ja, richtig. Das! Das ist mein Feld! Meine! Ja, man sagt, sie sind ein eingebildeter Schnösel. Haben sie dazu irgendwas zu sagen? Nö. Ich bin tot! Hör mal, das sehe ich anders! Nur meine Damen, du stehst jetzt sofort auf! So, sie sitzen gerade hier, ich habe gerade gehört zu ihnen, sie haben gelacht. Warum lachen sie? Weil der Dabalaba ein Idiot ist. Na ja, gut, ja. Was sagen sie dazu? Warum beißen sie sich auf die Backmilch? Ja gut, dann frage ich später nochmal. So, scheuss, scheuss ... Oh, ho! Wir ziehen! Hoho, scho, scho, Aufg Ils, Stoe Varcks! Huo, ho, ho! Cat höher, ho, ho, ho! USA! Haben Sie noch ein Schlusswort für uns, Herr Nama? Wie steht es denn mit Ihrem Ohrschmalz? Haben Sie was dagegen getan? Ich habe ja gehört, da ist ja richtig schlimm bei Ihnen. Ja, da habe ich Urin reingebummst. Wo kriegen Sie denn Urin her? Wo haben Sie das denn her, das Urin? Aus Spanien. Aus Spanien. Haben Sie sich einen Urin gekauft? Ja, ja, ja. Hennen Sie mal, das war aber nicht legitim, was Sie da gemacht haben. Ja, ja. Hier laufen sämtliche Personen durch die Gegend und so, da kann man einfach nicht reden. Gib ihn uns, gib ihn uns. Geht das einfach nicht. Gar nicht? Also geht das gar nicht? Nein, das kann ich nicht sagen. Da ist wie in der Diskothek hier. Da kann man nichts machen. Wir sind ja kein Traver nicht. Schon mal Sex im Freien gehabt? Könnten Sie sich genau daraus zu äußern? Haben Sie eine diskrete Information, was das angeht? Vielleicht können Sie uns etwas erzählen, wie Sie das gerade gemeint haben. Wachen Sie die Scheiße bitte aus! Wachen Sie die Scheiße bitte aus! Wachen Sie die Scheiße bitte aus! Nur einen Satz! Einen Satz bitte, Astrid! Hey, wir machen gerade eine Slowmotion hier! Was? Die Arschblase! Du Arsch mit die Arsch! Was? Arschblase! Was ist Arsch draug mit der Typ? Scheiße! Die... Die ganzen... Die ganzen Schlampen laufen hier. Entschuldigung, meiner... Bee ich jetzt... Was ich jetzt gedacht? Ja, nee. Schneid... Schneid wir raus. Schneiden wir raus! Na ja. Fuck ihn doch! Fuck ihn los! Fuck ihn! Wie ist das?! Ja! Was ist das denn, Mann?